Da ist wieder einer meiner Farmers hier fern. Auch wenn es nichts bringt, ihnen da unten Skillpunkte zu geben. Oh, Angriff. Du, geh nach da oben. Hör auf, im Wald nach Bären zu suchen, wenn wir Nahrung direkt vor der Haustür haben. So, Pilzsammlerhütte ist fertig. Wir haben keine Schuhe im Lager, weil die uns weggeschnappt werden. Okay. Okay. Oh, du hast Bier aufgebraucht. Okay. Wie sieht es bei den anderen beiden aus? Du hast auch Bier aufgebraucht. Du hast auch Bier aufgebraucht. Okay. Und so wie es aussieht, brauche ich mir nicht mehr die Mühe machen, die in einem Familienhaus einzuquartieren. Also, ich penne in der Pampa. Okay, der erste Pilz wurde gesammelt. Ja, guter Schuster, stell mir Schuhe her. Du möchtest gerne kochen, warum bringst du dann nicht Nahrung von da oben mit? So, du hast Pilz aber gelernt. Ja, genau, holt Schuhe ab. Du kannst trainiert werden. Acht Pilze haben wir schon mal. Sehr gut. Der liefert Holz aus. Ah, jetzt kommt Holz ins Vorratslager. Sehr gut. Oh, unser Lebenssammler sammelt Leben jetzt hier unten. Wenn ich das richtig sehe, haben wir kein Geschirr mehr. Können wir ja kurz mal einen Blick hier. Äh, Geschirr null. Ja. Schuhe 13. Ah ja, 10 Schuhe. So, jetzt sind wir euch freundlich gesonnen. Ihr seid neutral. So, jetzt weiter Pilze sammeln. So, ich hoffe mal, dass du jetzt noch mehr Pilze rauskriegst. So, du kannst wieder Nahrung sammeln, ohne dass dich die da traktieren. So, wir können weiter Straßen bauen. So. 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 und hier unten der straße weiter und hier straße gott jetzt haben die bauarbeiter auch wieder was zu tun werden wir schon mal 20 pilze haben 21 jetzt eigentlich bei da ist 20 drin und da ist einer drin so du gehst wieder auf 9 schul runter du machst noch mal ein bisschen mehr töpfer das geschirr geht gerade weg wie warme semmeln ich stelle dich mal auf unendlich bis wir genügend geschirr haben du kannst trainiert werden ja ich kann die punkte an nicht mehr weiter verteilen so mal stehen was schneller passiert dass ich die pilze zusammen oder dass ich das holz habe um freunden frieden zu freundschaft zu schließen mit ihnen wieder da bin ich echt recht froh drüber dass das in der mission immer geht friede und freundschaft zu schließen wenn die gäbe messer und dass wir wirklich genug bier im lager hatten weil es sieht nur das zeug was sie den vorrats lagern ist also im hauptlager und ideen hier vorratszeit und lagerhaus und ja ich hätte hier eigentlich ein lagerhaus hinbauen müssen das hätte viel geholfen ja ich denke mal du kannst dann wieder jäger werden das erste du kannst trainiert werden das ist sehr gut finde ich auch alles sehr gut wir haben schon mal acht von den 15 holz im lager die wir bräuchten um die die ihnen frieden zu schließen sie empfehlen also noch pc wird auch langsam aber sicher eisenwerkzeug wird langsam knapp aber das können wir noch ein bisschen ignorieren bis wir das holz zusammen haben oder vielleicht die mission vorher geschafft haben das selbiges mit den möbeln 23 pizza haben wir bereits ja geschirr kriegen wir auch langsam wieder schuhe haben wir noch zwölf ein paar du kannst trainiert werden und ja wir sitzen jetzt schon vier stunden ist hier aber merkt die missionen können langsam lang werden weil bis wir uns immer wieder aufgebaut haben und bis wir heute die ganze missionsteen immer erfüllt haben war ja schon krampf hier das dorf sicher zu kriegen und lieber die eile zu beschützen ja guckt euch das an nahrung macht wirklich den höhenflug wobei steigt stetig an werden so kleine einbrüche immer mal wieder aber es wächst späre ist konstant schwerter gar nichts stein schwankt weizen macht auch tolle kurven wir müssen kontinuierlich ansteigen holz steigt jetzt auch langsam an nahm hatten wir schon mail steigt leder macht so eine kurve verschiedenes hochzeiten neun geburten ja ist irgendwann in die höhe geschossen totesfälle 0 dort darüber bin ich froh friedhof leer gebäudeliste gebäude wohnungen arbeitsplätze gesagt oh ja wir können mal uns die zehn stunden linie für nahrung absehen aber sagen wir die fünf stunden linie ja da hat man schon in die höhe geschossen auch wenn wir uns die zwei stunden linie angucken